Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den Architekturrichtlinien. Letztes Mal haben wir uns das Separation of Concerns Prinzip angeguckt. Dieses Mal geht es um das Single Responsibility Principle. Und zwar haben wir schon das letzte Mal so ein bisschen in diese Richtung zumindest vorgearbeitet, aber Single Responsibility meint noch ein bisschen mehr. Und zwar, dass eine Klasse auch wirklich nur eine einzige Verantwortung besitzt. Das bedeutet, wenn ich einen Writer habe, dann sollte der nicht gleichzeitig auch lesen, sondern wirklich nur schreiben. Und fürs Lesen kann man dann eine andere Klasse sich zu Hilfe nehmen und diese Klasse dann eben lesen lassen und die Datenbank zu verwalten oder sowas. Auch das kann man auslagern in eine andere Klasse. Und der Writer an sich macht auch wirklich nur genau das, er schreibt. Und das ist alles. Und das war jetzt nur ein Beispiel, möglichst anschauliches Beispiel. Das gilt eigentlich für alles. Man sollte immer schauen, dass eine Klasse nur eine einzige Verantwortung hat. Auch wenn man jetzt in Sachen Computerspiele oder sowas denkt, haben wir auch schon öfters gesehen oder mitbekommen, wahrscheinlich von euch selber auch, dass man ganz gerne alles irgendwie in eins packt. Das heißt, man schreibt sich in die Main halt nicht nur das, was auch wirklich das Ganze startet, sondern man schreibt sich halt auch gleichzeitig die Game Loop rein. Das heißt, dass sich das Spiel die ganze Zeit aktualisiert. Dann schreibt man sich vielleicht auch noch die Erstellung von den Charakteren. Man schreibt sich da noch Cell und jenes rein. Alles mögliche schreibt man da rein. Nein, eigentlich schlechter Stil. Eigentlich sollte alles davon seine eigene Klasse haben. Und dann schreibt man nur noch New Animation Punkt Start fertig. Und das ist auch dann wirklich schon alles, was man braucht. Und plötzlich hat man sehr, sehr schlanken Code und weiß sofort, was da eigentlich passiert. Das heißt, der ganze Code wird auch schön leserlich. Ja, das ist soweit das Single Responsibility Prinzip. Jetzt sind wir gerade mal bei zwei Minuten. Ich weiß, ich habe von euch ein paar Mails bekommen. Ich soll die Videos vielleicht ein bisschen kürzer machen. Habe ich aber trotzdem jetzt in dem Fall gerade nicht vor. Und zwar werden wir jetzt einfach noch weitermachen mit dem Information Hiding Prinzip. Da war ich schon auf den richtigen. Und zwar Information Hiding. Das ist ein Prinzip, was man auch vielleicht aus anderen Bereichen kennt. Was man auch hier ja wirklich auch super einsetzen sollte und auch super einsetzen muss eigentlich schon fast. Es geht darum, dass man von außen wirklich nur sehr wenig Zugriff hat. Dass man nicht aus Versehen irgendwelche Setter hat, wie jetzt zum Beispiel hier, was irgendwas setzt. Und anschließend ist es plötzlich einfach, naja, sagen wir mal, verändert, was eigentlich nicht sein soll. Das heißt, man hat irgendeinen neuen Wert an der Stelle von irgendeiner Klasse. Es ist völlig egal, um was es hier geht. Das kann man komplett abstrakt sehen. Das heißt, man verändert einfach irgendwas, was man eigentlich nicht verändern sollte, weil man es vielleicht nicht besser weiß und da kam ein Fehler. Und es macht es halt einfach einfacher, wenn man da auf einmal den richtigen Wert setzen kann. So, und das passiert jetzt außerhalb von dem Modul. Das heißt, da sollte man eigentlich zumindest nichts gesetzt haben. Und jetzt kommt jemand und möchte auf diese Methode zugreifen, beziehungsweise auf irgendwas anderes in dem Modul zugreifen. Aber der interne Zustand, sprich diese Werte, die stimmen jetzt halt einfach nicht mehr, weil sie halt von außen einfach irgendwie verändert wurden. Und das ist doof, denn jetzt stürzt alles ab. Das ganze Projekt funktioniert nicht mehr. Und keiner weiß, warum das Ganze passiert ist. So, und vielleicht nach langem, langem Debuggen findet man raus, da hat jemand irgendwas verändert, was er eigentlich nicht verändern sollte. Also, ja, macht man halt diese Methode SetStuff einfach mal private. Ja, und diese Methode SetStuff wurde jetzt aber von 100 anderen Klassen auch benutzt, die nicht in dem Modul liegen. Dann bekommen die alle plötzlichen Fehler und müssen alle irgendwas verändern. Und auf einmal haben wir wirklich richtig, richtig Probleme, weil wir irgendwas verändert haben, was richtig viel Arbeit ist. Und das einfach nur, weil diese Methode nicht von Anfang an private war. Deswegen, wisst, was nach außen hin sichtbar sein muss. Es gibt aber auch immer noch Protected. Daran muss man sich eigentlich auch orientieren. Das heißt, wenn das Modul irgendwas ändern darf, dann muss es Protected sein. Wenn aber wirklich alle drauf zugreifen und das sollte wirklich nur bei Schnittstellen der Fall sein, dann solltet ihr es Public machen und ansonsten eben nie. Ja, und das auch als dritte grobe Richtlinie kann man auf jeden Fall sagen, Public nur für Schnittstellen, Protected für das, naja, Default Public sozusagen, das, was man so, wenn man für sich programmiert, Public macht, das sollte man Protected machen, damit andere Leute vom Modul noch was machen können damit. Und Private sollte eigentlich das meiste sein. Okay, das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.